Spielt ihr zusammen, oder? Ha! Karol! Wer hat jetzt Druck? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kickbox auf dem Trainingsgelände von der TSG Hoffenheim. Heute ist mein Herausforderer Stefan Posch. Ich begrüße hier den Senkrechtstarter. Stefan Posch. Bist du warm? Ich bin warm. Perfekt, dann starten wir gleich mit der ersten Challenge. Wir haben hier zwei netten Männchen. Einer darf immer die Position von diesem Männchen bestimmen und auch die Position vom Ball. Und dann wird von der Position geschossen, jeder hat einen Schuss. Und wenn wir beide nicht treffen, kriegen beide einen Haar. Wer fängt an? Lass dich kurz ein Schuss machen. Kein Glück heute. Willst du anfangen oder ich? Fang du an. So, ich würde sagen, wir machen erst mal leicht. Du stellst für zwei Mann Mauer, aber gehst 80 Meter nach hinten. Mauer optimal gestellt. Ja, perfekt. Einwandfrei. Weck gar nichts zu. Geht? Ja, ich bin ready. Oh, Glück. Da habe ich den Pfosten wieder gesehen. Hey, da steht auch ein Torwart drin, oder? Du darfst jetzt umstellen. Wenn deine Mannschaft Schusstraining macht, machst du dann als Innenverteidiger mit? Ich mache auch mit, Max auch. Guck mal, Max, so stellt man eine Mauer. Ja, okay. Oh Gott, oh Gott. Applaus an Max. Glück gehabt, dass das nicht so hoch ist hier. Die steht da echt gut. Ja. Ja. Oh. Spekulant. Ist ja mal in die falsche Ecke gelaufen. War nichts, ne? Also. Der Ball war ja nicht drin. Ich würde sagen, das HO für dich, das H für mich. Machen wir mit dich. Ich riskiere jetzt was. Bist du warm? Nein. Nein. Ich bin tot. Aber nach oben. Ich stehe da drei Stunden hier schon. Ja. Nee. Homerun. Spielt ihr zusammen, oder? Das hilft eh nicht, ich glaub mir. Der legt halt mir auch gut hin da. Fuck. Mit den Fingerspitzen nur. Hey Stefan, unterscheid. Wir spielen nicht zusammen. Eigentlich mag ich Max gar nicht. Okay. Boah. Das kann doch nicht sein. Netze Runde zwei Punkte. Dann ist der Druck höher. Aber kann man gleich üben für die Bundesliga. Wir wollen richtig schön APA 90 sehen. Wie zu Basso Osora. Steht 0 zu 0. Champions League. Quali. Zu Basso Osora. Gruppenphase. Wuhu. 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 Geht doch, oder? Da kann ich fliegen, wie ich möchte. Der war schön. Kann man nicht halten. Ich kann mich darüber gar nicht freuen. Hey Trainer, bitte. Der Tom kann gar nichts. Ich stehe jetzt nur... Ich stehe jetzt nur... Streng dich mal an, Junge. Komm, nicht zurückzucken. Guck, ich sag doch. Wir warten für gar nicht. Rückspässe sind Montagvormittag. Ah! Bleib da drin. Bleib da drin. Letzter Schuss. Wenn wir beide nicht treffen. Unentschieden. Wenn du jetzt triffst, hab ich ordentlich Druck. Karol! Wer hat jetzt Druck? Ich hab Druck, ich hab Druck. Nein! War der Sieg für mich, oder? Guck mal, der Wind auch. Gnappe Geschichte. Führung verspielt. Ich musste dir ein bisschen Vorsprung geben. Und dann bist du reingekommen. Ja. Jetzt Freischussschütze, wenn es der Trainer sieht. Schon, oder? Mal gucken. Jetzt kommen wir zum Fragengeballer mit Stefan Posch. Senkrechtstarter, Shootingstar, Megatalent. Was hörst du am liebsten? Oder am unliebsten? Am liebsten Shootingstar. Man sagt, du kennst keine Nervosität. Wieso bist du so cool? Weil ich Vertrauen in meine Qualitäten habe. Wenn du mit 16 zu Arsenal in London gegangen wärst, oder warum hast du es nicht gemacht? Warum ich es nicht gemacht habe? Es ging nicht von mir aus, von den Vereinen. Ist Sergio Ramos nach dem Champions League Finale letztes Jahr immer noch dein Vorbild? Klar. Weil er ein super Spieler ist. Ich glaube, das beweist er jedes Jahr. Du hast ja Matura bzw. Abitur gemacht. Ja. Was war dein schlechtestes Fach? Mathematik. Du kommst aus der Steiermark. Woran merkt man das am meisten? Mein Dialekt. Dein Lieblingsverein ist Real Madrid? Ja. Wie viele Jahre gibst du dir noch, bis du das spielst? Hoffentlich bald. Alles klar. Das war es schon. Vielen Dank. So, das war die erste Challenge. Wir haben ja noch eine Challenge gleich. Ja. Aber die könnt ihr beim nächsten Mal sehen. Ihr könnt jetzt unseren Kanal abonnieren. Die Kickbox. Und auf Instagram die Kickbox. Und auch deinen Kanal. Stefan Posch. Genau. Einfach? Ja. Kein Unterstrich, nichts? Nee, nichts. War dein Arme noch frei. Stark. Und bis dann. Ciao. Ciao.